Also, unser Platzwechsel zu Doppelhand. Ich lebe die Arme hoch, gehe um die Lebe rum, so dass es bleibt entdeckt. Ich bin dann rechts zu rechts, also kann ich die ganzen Streetcar tanzen, wenn wir das schon können. Ich schnappe mir die Hand, lebe die Arme, gehe drunter durch, lebe die Spiegel und return. Wir können uns wieder einmal abschnappen. Da bin ich ein Wie. Und mit den Armen drunter durchgehen, ablegen auf die Schultern und return. Jetzt müssen wir unbedingt fliegen, sonst geht's nicht. Danke schön. Applaus